Herzlich willkommen zu Tag 3 von unserem Duo Slalom Projekt und heute stehen die kleinen Kurven oben an. Für die Linke Bahn, dass die genauso groß werden wie die Anleger auf der rechten Bahn. Was machen wir heute? Dann müssen wir hier noch was machen und das ist der Plan und dann sind wir eigentlich so gut wie fertig. Hier unten die S-Korven sind alle wieder schön schön trocken. So dass man schön Grip hat und wir fangen jetzt erst mal an durch Sachen. Tony ist da und jetzt geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also Leute, ich weiß ja nicht. Wir haben es Mitte März. Vor allem wir haben es 16.30 am 16.03. Genau. Und hier geht's gerade los irgendwie mit Haaren oder ich keine Ahnung was das ist hier. Wir haben schon wieder fast Winter. Alles nass. Also ich weiß auch nicht was hier gerade abgeht. Und wir haben hier gerade schön die Anleger gebaut. Hier haben die schön gemacht. Wollten jetzt weiter machen und jetzt stehen wir hier im Haarel. Geil. Und vor allem die erste Pfütze. Schön. Da hinten war vorhin noch blauer Himmel. Ja der blaue Himmel ist irgendwie weg habe ich das Gefühl. Ja der blaue Himmel ist irgendwie weg. Wir haben ihn nicht mal abgekriegt. Das hat jetzt eine halbe Stunde oder so. Und wir haben die ganze Zeit genießt. Oh es hat aufgehört. Na ja versuch's. Es geht ja wieder los. Na ja wir machen erst mal weiter. Guck mal was da vorne kommt. Der Schmierer. Es ist so geil. Es ist so geil. Jetzt ist ja auch nur Hakel. Na ja. Eieieieieiei. Na gut. So ein Müll. So wir haben es jetzt entschlossen. Reicht. Reicht für heute. Ich tue nicht mal den Schubgang mit in die Schaufe nach vorne. Bitte. Reicht für heute. Geht nichts mehr. Wir sind wieder im Winter Wonderland. Na ja. Herrlich. 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 Ey das ist doch Mitte März und wir haben solches Dreckswetter. So mal gucken was wir hier runterfahren können. Ja mit Todtwoch. Ja action cam. Action cam. Huh. Nieauen. Huh. Ach du Kuck. Woah. 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 Ah glaubst du denn hier ist jetzt hier schneller. Huh? Hilfe. Ha ha ha. Abfort. Juhu. ist das eklig. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Meine Freunde, wir sind jetzt zurück im Trocknen. Heute macht das keinen Sinn mehr. Das ist alles jetzt total nass. Eigentlich wollten wir heute das ganze Projekt abschließen, aber wer da hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Na ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim vierten Teil. Ciao. Bis zum nächsten Mal.